Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded mit Juro. Hallo. Wo bist du jetzt? Neben dir. Oh Gott. Wie wollen wir jetzt dann hier runterspringen? Mhm. Ich sollte vielleicht erstmal die volle Pusteblume nehmen, bevor ich die kleine abgefregelt... Du kannst die zwischendurch weg machen. Uiuiui. 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 Jetzt flieg nicht zu weit. Ne. Flieg nicht zu weit. Da ist ne kleine rote Ameise. No no. Kaum bin ich hier. Ey, sie steht einfach nur. So mag ich die Ameisen. Ja, ich auch. Ey, bleib hier. Hä? Die hat einen Fall geklaut im Mund. Kleine Drecksnudel. Jetzt bin sie tot. Äh. So, wir wollen jetzt da oben drauf, hat der Juro gesagt. Du kannst auch mal eben einmal ganz runterspringen, da ist dein. Da will ich nicht runter. Da müssen wir irgendwie hier auf den Griff kommen, genau. Von der Dose? Ja. Wie bist du jetzt auf die Dose gekommen? Achso. Äh. Äh. Wow. Baseballschlägerbomber. Wuhu. Aus der Sache sind Baseballschläger. Jetzt sind wir oben auf dem Stuhl. Da unten ist auf jeden Fall schon mal ein Bonbon. Ein. Und Ameisen. Ein Stuhlgang. Und dann geht's über den Hammer weiter. Du bist Hammer. Ah. Wie du dich bewegst im Outfit. Das Bonbon ignorieren wir mal. Äh. Wir müssen die... Wir werden... Wir fliegen jetzt einfach zu dem... Was? Hallo? Ich hab die grad angegriffen. Ach, das sind schwarze. Die wollen wir nicht. Ich flieg jetzt mal Richtung Hammer. Ja. Mach vor. Mach vor. Ich mach nach. Ja, du stehst im Weg. Nee, geh doch. Nee, ich hab Angst. Ist das ein scheißer Ernst? Da ist ne Armeise drauf. AAAAAAAH! Klatsch da dem! AAAAAAAH! Ich hab ein Problem. Ja, ich hab auch ein Problem. Wir kommen nämlich nicht auf den Hammer drauf. Toll. Äh... AAAAAAAH! Jetzt bin ich runtergefallen! Na super. Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Wenn bloß einer gesagt hätte, pass auf, dass er nicht runter will. Zu spät. Scheiße, Ameisen. Fünf stich in eine Ameisenrüstung. Hm. Tja, Du. Juro. Ihr... Ihr steht jetzt... Sechs Ameisen und guckt mich gierig an. Hihihi. Sie wollen dich. Ich versuche trotzdem auf den Hammer drauf zu kommen. Sie wollen dich, Juro. Sie wollen nur dein Bestes. Hm. Mein Geld, oder was? Ja. Hab ich nicht. Was denn das? Weiß ich nicht. Eine Ameise. Ah, eine Staubmelbe. Die brauchen wir auch. Wow. Aber ich kann sie nicht töten. Ach, die läuft da unten rum. Du meinst die da? Ich hab noch mehr. Du meinst die da? Nee, die andere. Die? Versuch jetzt nochmal auf den Hammer. Die ich grad getroffen habe. Nee, die ist hinter dem Hammer. Hä? Die hab ich doch grad gehoffen. Hinter dem Hammerstiel. Die kannst du gar nicht sehen. Ja, aber hier unten läuft auch eine rum. Die hab ich getroffen. Ja, aber ich meinte die hinter dem Hammerstiel. Das ist mir egal. War mir klar. Dir ist immer alles egal. Huiiii. Ich versuch da mal da rüber zu kommen. Hä? Ich bin auf dem Hammerstiel. Tja, Jugo. Guten Tag. Oha. Oh mein Gott. Wie bist du denn hier hingekommen? Ich bin von da oben rüber gesprungen. Hahaha. Na du schaffst das? Weiß ich nicht. Ich hab Angst. Dein Gleiter ist fast im Arsch. Mein Gleiter ist kaputt gegangen. Dämliches. Ach man. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal rennen. Jubro. Hallo. Aha. Ich komm auch runter. Warum? Weil ich es nicht geschafft habe. Noob. Sagt der nur von dem das Ding kaputt gegangen ist. Das war absolut. Naja. Ich bin auch fast tot. Hä? Warum sind hier unten auf immer 900 Ameisen? Ach. 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 schreckliche Scheiße. Nur weil er hat nicht geplant. Mhm. Das sagst du immer. Das hätte alles super geklappt. Hätte, hätte. Bin ich mal auf meinen. Hätte, hätte. Fahrradkette. Frage 8, der Titel. Bringst du mehreren mit? Was? Bringst du mehr Dinger mit? Ich hatte noch einen zweiten in der Tasche. Achso. Du weißt doch, I'm a professional. Naja, nicht wirklich, aber ich rede mir das gerne ein. Nur da oben. Lass mal essen. Beim zweiten Mal wird alles leichter, ne? Und beim dritten Mal auch. Oder es wird alles schwerer. So, jetzt zeig mir mal, wie du da oben gekommen bist. Nein! So nicht. So nicht. Okay, hab ich verstanden. Hallo, Ameisen. Könntet ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen, ihr kleinen Drecksviecher? Hier sind irgendwo Science. Die Säcke sind ja bei mir! Sieht nicht gut aus, was du damals hast. Ameise. Oh, ich hab was Tolles gefunden, Leute. Ich sterbe. Ach, kann ich nicht öffnen. Haha. Du hast entdeckt, das gäbe in Originalgröße. Tja, das ist... Ne, das hast du entdeckt! Nagelknitzer... Achso. ...Aschenbecher... Gibt's ja noch was Interessantes? Nö. Na, ich befürchte. Dann kann ich nämlich hier unten... Doch, da liegen abgeschnittene Fingernägel in dem Aschenbecher. Eh, gut, das will ich nicht sehen. Dann bleib ich hier unten. Weil du musst ja sowieso wieder hierher, ne? Aber da braucht man Stufe 3, um die abzubauen. Na, ganz klasse. Also müssen wir da sowieso nochmal hoch. Also hab ich jetzt grad nichts verpasst. Ne, ich glaub, mehr ist hier oben auch nicht. Also wie gesagt, so ein Skepp-Armband, was wir oben haben, nur in der Originalgröße liegt hier oben. Ja. Hier ist noch ein Radio. Ladi-ladi-ladi-ladi-lo. Mit dem man nix machen kann. Na, das wäre doch auch schlimm. Mal denk mal, das würde uns voll die Trommelfelze ballern, ey. Da liegt hier noch ne Süßigkeit, für die wir auch Werkzeugstufe 3 brauchen. Die Gitsch bin. Ja, und die Fingernägel. Ja. Das ist fein. Ja. Und Kaugummi. Nimm mit. Ja, muss ich aufs Fahrrad hüpfen. Ne, dann nicht. Ja, wir sind hier oben ja sowieso erstmal fertig, oder? Sind wir? Gehen wir weiter. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, war da hinten nicht noch irgendwas? Kommen wir nicht da hinten irgendwo zur Kaffeemaschine? Weiß ich nicht. Ich weiß so vieles nicht. Wir wissen so vieles nicht. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Wie nennen wir die Folge? Ich weiß nicht. Die eine Folge nennen wir Du-Du-Sandy und die hier nennen wir Jubro. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber mehr ist hier echt nicht. Jubro. Jubro, was weißt du? Ich weiß nicht. Ja, komm her. Dann gehen wir hier weiter. Ich komme. Erscheinen, Reus. Ne, ich komme. Okay. Ich fange auch gleich laut und wild an zu stellen. Oh ne. Nein! Nein! Verboten! Komm, komm. Kannst du die Folge einfach mal auf ab 18 stellen? Auf ab 60? Sieg Mann. Auf Zöhngeräusche. Auf ab 60? Wow. Kommt man nicht auf die Batterie? Weiß ich nicht. Versuch doch mal. Lüfte Profi und uns beiden. Da unten sind ja Spinnen. Das sind deine Freunde. Wow. Easy. Wow! Easy. Und was ist da drüben? Nix. Nö. Ja, siehst du mal. Ich hier. Au, ich bin tot. Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin auf dieses Stromdings gesprungen. Oh, Lord. Jetzt ist er verreckelt. Ich stehe jetzt hier unten in unserer kleinen Hütte, ne? Hier, da kommst du wieder hier hoch. Ich weiß, warum ich auf sowas nicht draufgehe. Kannst du vielleicht ein paar Sachen für ein Zelt mitbringen? Damit wir hier oben vielleicht auch einen Respawn-Punkt setzen können. Natürlich. Mach ich gerne. Ach ja, du hast ja keine Tasche oder so mehr, ne? Ja doch. Ja, ich hab keine. Ja doch. Taschen habe ich. Also ein Inventar, meine ich. Mein Inventar ist weg. Das ist scheiße. Ja, das muss ich mir von dem Stromding wiederholen. So, was brauche ich denn? Drei Kleeblätter, zwei Sprösslinge. Ja, das da oben sieht wirklich aus wie eine Kaffeemaschine, ja. Und wir haben noch ein Kleeblatt. Super. Und keine Sprösslinge. Ich habe aber kein Werkzeug, um das abzubauen. Ja, dann gucken wir hier drüben, ob wir irgendwo was finden. Ja, dann mach das doch nicht. Nachdem du... Ne, ne, ne. Wie, nachdem? Nachdem du erstmal dein Zeug da geholt hast. Ja, 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 ja. Ach, du bist ja ein Held. Ich weiß. Aber die Sprösslinge kann ich nur einsammeln. Ich kann nur die Kleeblätter nicht abbauen, dann müsste ich mir erst wieder eine Axt bauen. Ich wollte gleich den Versagen übersehen, dass du nochmal krepierst. Lass mich in Ruhe, blöder Käfer. Ich habe nur 19 Pfeile, ich kann nicht viel machen. So, lass mich in Ruhe, ihr kleinen roten Piepsdinger. Warum musste mir das jetzt wieder passieren? Weil ich immer so neugierig bin. Hilfe, die roten Piepsdinger greifen mir an. Ja, ich komme gleich. Warte, halt ein Ort. Da hat ein schwarzer Marienkäfer. Dankeschön. Den brauchte ich jetzt, zu meinem Glück. Ich habe Kleeblätter gefunden. Da ist einer. Mal, hör auf hier rumzurotzen. Was hast du gefunden? Kleeblätter. Das ist cool. Aua, kack Ameise. Kleines Drecksvieh. Komme ich da jetzt überhaupt hin, ohne Pusteblume? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Boah, ist auch nicht. Auf jeden Fall auf die Batterie komme ich nicht. Dafür müsstest du mir gleich deine Pusteblumelei. Das ist doch kein Thema. Ich gehe jetzt mal über den Tisch mit den ganzen Ameisen-Ameisen-Amerkarten. So, Ausdauer ist voll. Ich weiß, wo wir ein Zelt bauen. Das ist schön. Bau uns mal ein cozy home. Falls der Jugo mal wieder stirbt. Ja, aber auch. Weil er an der Batterie rumleckt. Tisch. Das ist unverantwortlich. Wie kann man denn hier eine geladene Autobatterie hinstellen? Ich hoffe, mein Rucksack liegt gleich so, dass ich ihn auch aufheben kann. Ich kann es dir nicht sagen. Ist eh nicht. Nein, ihr kleinen Arsch-Ameisen. Das ist nur... Ich bin fast wieder da. Das ist schön. Ich spring da mal nochmal auf die Autobatterie, ne? Wollt man nicht erstmal das Zelt bauen? Ich hab kein Klee. Ich hab das Klee. Das bringt dir aber nichts, wenn du... Ich wollte das da hinten bauen, ne? Da oben, ne? Ja, dann spring ich jetzt wieder auf die Batterie. Ist mir egal. Warte, dann gebe ich dir meine Post-Diplume. Nein, Bräume. Wo ist mein Rucksack? Weißen Sie. Ich sehe ihn nicht. Ja, wird dir doch aber angezeigt. Ja, auf der Mitte von der Batterie, der Lachen. Ihr Lucky-Backpack. Weißt du aber, das ist total falsch. Da muss ich mir die Entwickler anschauen. Wieso? Ich bin doch auf den Minos-Pol gesprungen. Da kommst du hin, geh mal weiter. Ne, ne. Wir gehen erstmal ein Zelt bauen. Du kannst es doch da unten bauen. Ne, wieso willst du denn da oben drüber weitergehen? Da kommen wir doch nirgendwo hin. Doch, zu diesen rosa Leute, Digga. Da kommen wir doch aber von da hinten auch. Ne, komm nicht. Doch, kommen wir. Da kommen wir. Doch, ich war doch gerade da hinten. Ja, aber du warst noch nicht da drüben. Jobo. Sandy. Wir wollen erstmal ein Respond. Bist du dir sicher, dass wir da rüberkommen? Ja. Dann vertraue ich dir mal. Natürlich bin ich mir sicher. Wenn das nicht stimmen, werde ich dich flamen. Das ist sicher. Dann schreibt das immer wieder in die Kommentare. Ne. Schreibe ich da rein. Eddie was killed by Sandy. Oh. Aua. Bist runtergefallen. Ne. Doch, hab ich doch gesehen. Ne. Ja, guck mal. Nein, das war, das war, das war, das war ein Profi-Skill. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, fällst du wieder runter? Nein. Ich bin Profi. Profis fallen nicht runter. Ich bin der Profi. Ja. Ich fahre runter und verbrenne mich an Autobotten. Ich wollte gerade sagen, du bist der Profi im Sterben. Wow. Dann wäre ich hier wieder gedissen. So, Jobo. Hier hinten. Hier hinten. Kannst du lecken. Aber ich glaube nicht. Die Autobatterie ist doch höher. Ach, Quatsch. Ich weiß. Deswegen stellen wir es jetzt auch hier hin. So, wie ist Bonponk gesetzt? Ja. Und, ist gut da unten? Ja. Ich war gerade schon mal hier. Und dann, von da aus, kommst du wirklich zirka hin. Ja, guck schon. Ja. So, ich bin nur für von unten drunter. Was ist denn das? Saure Süßigkeit. Wir brauchen ein Dings, äh, Level 3. Für saure Süßigkeiten? Ne, Level 2. Level 3. Echt? Ja. Ist das eine grüne? Ja. Falsch gedenkt. Oh, Jobo. Muss ich jetzt auch da runterkommen? Ja. Du musst was sehen. Ich komme. Ich mag diese Geräusche nicht. Scheiß Ameise. Die musste ich jetzt sehen. Nein. Äh, wo kam die denn her? Weiß ich nicht. Die kam aus dem Boden. Aus Schlumpfhausen. Bitte sehen. Der Eingang ist aber zu. Warum muss ich den jetzt sehen? Damit du siehst, dass er zu ist. Du wolltest nur, dass ich in Todesgefahr gerate. Ja, ich meine nur, dass du die Ameise abnimmst. Oh, hier ist Strom. Den kann man anfassen. Nein! Nein! Oh, hier ist eine Steckdose. Ja. Und tatsache, das ist eine Seilrutsche. Obwohl, ich bin auf der Steckdose drauf. Cool. Und hier hinten ist, ähm, Science. Aber nicht daran lenken. Du, wir, wir kommen von dem, von dem Kabel kommen wir aber hier hoch, ne? Ja, ich möchte mich nur noch ein bisschen hier mal umschauen. Du hast die Kabelmaschine entdeckt. Ah! Die Geräusche immer. Die sind runtergefallen. Hier ist sonst gar nichts. Ich weiß. Deswegen gehen wir da jetzt auch hoch. Aus der Feuerarmee. Ja. Und zu denen wollen wir nicht. Aber ich bin mir sicher, da wollen wir noch öfters hin. Nee. Für unsere Feuerarmee. So, ich bin jetzt bei der Kaffeemaschine. Ja, ich komme ja. Hetzt mich nicht mal so. Ich bin zwölf Jahre alt. Kannst du mal schneller kommen? Ich muss hier drücken. Was musst du? Drücken! Ich weiß gar nicht, wie du da hochkommen bist. Über das Kabel! Hier bin ich, aber... Über das Zweite! Zweite? Das hier drüben. Ach, da! Ich glaube, ich habe einen falschen Kabel. Entschuldigung, ich habe die falsche Abzweigung genommen. Ich mache jetzt mal den Jugo. Jetzt ein Kabel. Machst du das? Passiert nicht. Warte mal. Ich meine, ich habe ja öfter mal schwachsinnige Ideen. Ich mache jetzt mal den Jugo. Das ist seins. Ja. Eigentlich wollte ich keinen Gleiter benutzen. Kann das sein, dass wir, wenn wir da... Wenn wir da reinkommen, da nicht mehr rauskommen? Einfach ausprobieren. Ja, toll. Wo es reingeht, geht es meistens auch aus. Sprich mal in die Kaffeekanne. Ja, aber erst, wenn die Folge endet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.